Die 5 besten Staubsauger-Roboter von Medion Ich habe den Medion Saugroboter mit Ladestation E32 gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er ist perfekt für Hartböden, Fliesen und Laminat geeignet und die Direktabsaugung funktioniert einwandfrei. Besonders gefällt mir, dass er speziell für Tierhaare optimiert ist. Der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Akku leer wird und ist immer einsatzbereit. Die Bedienung ist sehr einfach und ich kann ihn sogar per App steuern. Insgesamt ein tolles Produkt, das mir viel Zeit und Mühe spart. Ich bin sehr zufrieden mit dem Medion Saugroboter mit Wischfunktion E32 SW. Das 2 in 1 Gerät ist sehr praktisch und erleichtert mir die Hausarbeit enorm. Besonders für Allergiker ist dieser Roboter-Staubsauger eine tolle Option. Er entfernt zuverlässig Tierhaare und Staub auf Böden und Fliesen. Auch die Fernbedienung und Ladestation machen die Handhabung sehr einfach. Das Modell 2021 hat nochmal an Leistung und Effizienz zugelegt. Ich kann das Produkt definitiv weiterempfehlen. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Medion Saugroboter. Mit seiner intelligenten Navigation und starken Mittelbürste sorgt er für eine gründliche Reinigung meines Hauses. Besonders hilfreich finde ich die Alexa-App-Steuerung, mit der ich den Roboter direkt von meinem Smartphone aus bedienen kann. Auch die Tatsache, dass er gleichzeitig saugen und wischen kann, spart mir viel Zeit und Mühe. Als Tierhaar-Allergiker bin ich auch dankbar für die spezielle Optimierung, die meinen allergischen Reaktionen entgegenwirkt. Insgesamt eine tolle Investition für jeden Haushalt. Ich war skeptisch, als ich den Medion MD 19700 Saugroboter sah, aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dieser Roboter-Staubsauger hat meine Küche, mein Haus und meine Möbel tief gereinigt, was ich mit meinem herkömmlichen Staubsauger nie erreicht habe. Die Fernbedienung ist ein praktisches Feature, das es mir ermöglicht, den Roboter von meinem Sofa aus zu programmieren und zu kontrollieren. Er ist auch ziemlich leise und ich kann ihn laufen lassen, während ich arbeite. Der Akku hält lange und er kehrt automatisch zur Ladestation zurück. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein großartiges Produkt. Ich bin absolut begeistert von meinem neuen Medion MD 18500 Saugroboter. Mit seiner automatischen Rückkehr zur Ladestation und einer Laufzeit von 90 Minuten ist er der perfekte Helfer für mein Zuhause. Er arbeitet effektiv auf Hartböden, Fliesen und Laminat und ist sogar Tierhaar-optimiert. Die Direktabsaugung ist super praktisch und meine Böden waren noch nie so sauber. Ich kann diesen Roboter-Staubsauger definitiv empfehlen und bin froh, ihn in meiner Küche zu haben. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.